Gern mal ausprobieren. Wir haben ja ganz davon abgesehen. Wieso? Sollte ich mich nicht mit meinem Kreuzer einnebeln? Wenn er die Funktion hat. Eben, wenn er erstens die Funktion hat, zweitens nicht besonders gut gepanzert ist und drittens der Gegner in den Turbets ist. Ja, wenn der Turbets, der Turbets kann die Edinburgh so schnell rausnehmen, mit ein bisschen Glück. Und ich meine, damals im Zweiten Weltkrieg, da konnten die Feinde auch nicht einfach so per Morse code rübersenden. Ey, ihr seid ja voll unfair, ihr habt ja gar keinen Skill. Ey, so. Ach, mein Handy, Akku ist ein bisschen kaputt. Hat nur noch 15%. Autsch. Ich hätte mein Handy heute zu Hause mal gelassen. Ähm, ja, ich hab das den ganzen Tag also nicht benutzt. Das hatte nur 70%. Ja, gut. Ich glaub, der Akku ist ein bisschen kaputt. Ja, irgendwann macht der Akku immer der Bieger vom Telefon. Okay, es ist ja auch nicht, dass mein eigentliches Ende ist. Wollen wir mal in der Ersatz hin? Wenn mein eigentliches Ende hat man auch gelassen. Aber trotzdem. Ich mein jetzt ist das schon ausbekommen. Andern mit, wenn man müde ist. Oh, Fubutaka. Bleib. Bleib. Stay. Und weg. Och, Mann. Bleib. 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 Halt. Schon wieder so knapp. Halt. 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 Hat der guck gehabt, hätt er weg sein können. Ismail auf Freiheit. Sehr schön. Lautmusik in der Luft quietniere Servicebetrieb. der nur fünf Punkte im Namen hat. Ich sehe den so oft im Gegner Team. Das sind verschiedene Leute, das sind Xbox-Spieler, deren Namen auf der PS4 nicht zugelassen sind. Ich wollte schon sagen, das kann ja nicht einer dieser Tipps sein. Ne, ne, das ist nicht immer das selber. Das geht doch auch nicht. Au, Mexiko, das hat wehgetan, ne? Na, da siehst du mal, was AP einrichtet. Ja. Genau so ist es. Die Ismael ist immer noch auf drei Seite. Die Ismael ist immer noch auf drei Seite. Ich habe das Gefühl, drei Salzen abgeschossen, aber mit dem Meer schau nicht mal, was ganz wichtig ist. Weg. Hahaha. Gerne. Tja. Selbstschuld. Aber mit Haar hat der auch ganz gut gedrückt. Ja. Aber trotz. Wer zu fährt, der wird halt bestraft. Das ist normal. Ja. Vor allem wenn man Haar gespielt. Ah, das ist eine Worte. Nein. Stefan. Franzose da brennt. Im Nebel. Ja. Kann ja nur... Cammy Karte zu seinem Nebel. Meinst du? Könnte aber auch Timonikant sein. Ja. Die Mannigen ist ja ganz hinten auf der anderen Seite. Ja. Die Mannigen ist ja bei Haare so. Ja. Schreck. Mach's bis ins Neues mehr. Ja. Tatsache sind zwei aber. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja. Das ist die Karte. Das ist die Karte. Reichter. Da ist er. Irgendwann dreht euch schneller. Von einer. Von einer. Ja. Einschlag bestätigt. Torpedos voraus. Ach komm Alter. Ich treffe gar nicht mehr. Torpedos direkt voraus. Oh, dass es sich jetzt noch ernsthaft geschafft hat, um die Insel rumzukommen. So eine Runde, wie du gerade hast, hatte ich auch schon mal mit einer Bayer. Ich hab so zum Schluss 5 Kiel, sind halt ab jedem Kiel mit einer Salve gebraucht. Auf jeden keinen Kiel mit einer Salve gebraucht. Das ist einfach 5 Kiel. So ganz schön. Ich brauch kein Beantworten. Hm, Kamikaze. Oh, bisschen. Warum wir uns reißen. Kein Wunder, dass du das heißt, ein irbanisches Schiff. Wenn er keine Torpedos mehr hat, ist das Schiff das Torpedo. Oh, zum großen Verrede. Ja. Ich mag Jep. Ja. Das ist lustig. Die Japaner haben auch eine schöne Kultur. Teilweise auch eine Landschaft. Auf der Säulen. für ganz lang alarm die bayern er nicht so gut sind anfang der balkenischen bayern den namen ja um nicht mehr ernst speziell oder ja den maunen ist irgendwo bei mir aber der namens von der beiden ist lustig ja für die brauchen wir schon kreativität die kugeln fliegen gut nur haben nicht gut getroffen verdammt also wenn wir das noch verlieren wäre das schon irgendwie ohne ja quasi auch unmöglich zumindest fast wenn wir uns schlecht umstehen können wir das aber vielleicht echt noch an ja das war vielleicht ja ja gut sehr auf vom aufklärungsflugzeug die schütze extrem präzise start der aufklärungsflugzeug was eigentlich die präzision erhöhen sollte die schütze streuen wie sonst was mit auf dem Flugzeug gesorgt dafür dass sie sich aufbauen wo die durch die ausgewiesen die Kamikaze die will mich würdeln hier und ich hab gerade umgeladen ich Idiot Nein, ich habe ihn nicht, ich kann nicht über den Berg schießen. Dann kann ich jetzt nur hoffen, dass es meine Secondary Star war. Oder Team Held? Nein, 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 nein. Unser Team hat die Führung übernommen. Also ich bezweifle, dass die Mountain King das jetzt noch gewinnt. Ja. Auch alle in der Reihenpunktetechnik ist das nicht möglich. Ja, weil wir jetzt in 7 Sekunden alle Punkte haben. Ja. Ich bereue auch gerade, dass ich umgeladen habe. Ich hätte einen verdammten Kraken haben können. Geht ja auch, ich habe momentan einen Kill. Nein, nein. Ich habe so große Karten, die aufgenommen sind. Wir wurden entdeckt. Na, das ist irgendwo drin, ja. Ja, der wird wahrscheinlich nicht nochmal auftauchen. Und das werden. Kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr. Ne. Außer, dass wir auf die Rechte direkt im Schussfeld aufhören sind. Ja. Fass nicht. Wenn überhaupt. Ja. Ja. Schade. Ja. Ja.